Jo Leute, hier ist Kudo und nicht Raffi. Ihr habt vergessen, das Intro einzusprechen, also übernehme ich das kurz. One Piece Folge 1027 mit Kage und Theo. Checkt die Boys ab, lasst ein Abo da und Daumen nach oben auf dem Video und let's go! Fang mich auf, der Arme, Digga. Deus kann nichts machen. Oh, geil, aber... Digger, warum bist du noch so eifer? Ein Kaiser besiegt, 1 zu 0. Zack, 1 zu 0. Hä? Oha. Oha, ey, guck mal, die Animation, Digga. Schneidet er die immer wieder... Durch? Eier schneidet. Diese Attacke, ne, wie die aussieht. Ey, guck mal, alles... Ja, alles pulverisiert. Wie viele Effekte willst du haben? Ja. Digga. Digga, Raffi hat schon abgeschlossen mit ihm so. Jaja, als würde das noch kalt werden. Zorro! Boah, er rächelt, Digga. Jetzt ist er wieder, der Pilatenjäger. Wer kennt die nicht? Ich krieg die Schampels nicht aus dem Kopf, Digga. Oha, das sah voll geil aus. Ey, das sieht doch absolut geil aus. Zack, rein rein in den Hals. Boah, juhu. Alter. Komm. Digga, Killer farmt die ganze Zeit irgendwelche Minions ab oder so. Boah, Digga, Lohr ist so ein irgendein, holy shit, man. So ein Süßi. Oh, Digga, Raffi. Oh mein Gott, ich seh ihn schon lächeln, ich seh schon hier fünf, Digga. Woher kommt das alles? Hallo? Ich verloh, ich seh ihn voll. Ich seh ihn voll. Was? Hä, wie soll das funktionieren? Hä, wie war das denn im Manga? Wie war das im Manga? Auf jeden Fall nicht genau so. Eine Flamme unter Wasser, Digga. Das ist so. Wie Spongebob, Digga. Ja, ja. Zeus. Wo Zeus ist, Digga. Zeus ist nur das Sorgenkind, Digga. Immer der Arme. Das schwarze Schaf. Oha. Oh ja, jetzt der Plot gegen Zeus. Prometheus sieht aus wie Wutensohn, wirklich, ey. Prometheus ist so wie die Dragon Ball Fans denken, dass Vegeta ist und irgendwann Son Goku umbringen und sein Blut trinkt. Ja. Digga, ey. Digga, sie freut sich auch noch. Es ist auf jeden Fall ein anderer Vibe als letzte Woche, so gut kann man sagen. Oh nein, Digga, der Arme. Wie soll sie aussehen? Wolke mit Doppel-D. Das will ich haben. Nein. Ihr könnt doch kein Flashback machen von dem Moment, der in dieser Folge war. Ja, ja, ja. Digga, das war eben gerade. Bro. Oh, ist heftig hier. Richtig retarded schon langsam, Digga. Die Voice-Actor manchmal. Ja, komm. Hey, war das eine weibliche Stimme? Als waren halt noch ein Waifus bei sich auf dem Schiff. Dass so Waifus sind, weiß ich nicht. Hey, Bro, es ist so dragging on, ne? Alter, okay, warte mal. Holy shit, ey. Ey, die Folge ist gleich vorbei. Oh mein Gott, ey. Es ist so stretchy gerade. Ey, die Folge ist gleich vorbei. Die Folge ist gleich vorbei. Ey, die gucken die ganze Zeit. Wie oft haben wir das schon gesehen, Bro? Das sind wir zum zehnten Mal. Ey, Digga, dieser Kontrast zu letzter Woche ist echt krass. Es lacht er nochmal. Es lacht er nochmal. Es lacht er nochmal. Alter, wie oft haben wir diesen Shot schon gesehen? Oh, Digga, die Wörter will ich mir mal merken von dir. Nochmal der Shot, okay. Okay, er geht näher ran, okay. Du bist der Animation, ne? Jetzt nochmal der Shot, der rangesuchte nochmal mit den dicken Rändern. Ja, da ist er. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Komm, nochmal ganz ran ans Auge. Die wackeln jetzt so um. Das ist unglaublich. Ey, Zodos will halt einfach sterben, ne? Er will einfach sterben. Oha, ohne Ton? Hä, hallo. Ah nee, das war von Steam-mittelmäßig. Er spürt, er spürt, er spürt. Ja, das war geil. Er spürt. Uh, clean. Ding, bong, bang. Oh, Digga, super. Ja, mit Zodos hier. Geil. Komm. Alles wettgemacht. Oh, ey, sein Team, Digga. Seine Musik, geil. Geil. Oh, Bruder. Susannu auch am Start. Oh, Asura da hinten. Alles hier. Wow, das sieht heftig geil aus. Das sieht geil aus. Komm, jetzt die Animation noch geil. Jetzt die Köpfe noch. Oh, ey. Oh, das mit der Musik kippt so rein gerade. Oh, ich finde den Filter geil. Alter, ich auch. Oh, ja, Mann. Alter, was? Ey, Super Saiyajin Zoro. Ja, Digga, Alter, guck mal. Die haben mehrere Clashes. Was? Mehrere Clashes. Wow. Ey, so wünsche ich mir Zoro. Mehr, Digga. Oh, mein Gott. Oh. Ja, ja. Der Beyblade ist hier. Er spitft wie ein Beyblade. Boah. Geil. Die Erdplatten wieder. Die Erdplatten. Die Erdplatten. Die Erdplatten. Die Zoro ist so fucking geil. Oh, ey. Ja. Das war geil, Mann. Das war heftig. Das war ein heftig geiler Zoro-Moment. Oh, ey. Oh, ey. Geil. Oh, mein Gott. Oh. Oh, und jetzt kommt Platz auf. Ist es ein Papercut, wie alle sagen? Nein, es ist kein Papercut. Oh, Mann. Oh, Mann. Alle haben gesagt, das ist nur ein Papercut. Zoro hat ja gar nichts gemacht, Digga. Digga, jetzt halb aufgeschlitzt. Guck mal mal an ihn mir. Die Blutfrontäne. Ey, yo. What the hell, man. Papercut. Komm, zeig mal die Wunde. Ich will die Wunde nochmal sehen. Oh, Zoro bricht zusammen. Das war's. Oh. Ey, das war... Oh, Digga, ey. Der geht ja durch. Der geht ja durch. Oh. Guck mal, das kann Kaido gar nicht glauben. Kaido kannst gar nicht fassen. Das ging durch die Buddha, hör mal. Guck mal, er hat... Oh, der Cut. Alter, geil. Ey, wenn er so weiterkämpfen könnte jetzt noch. Er steht einfach immer noch. Was ein Mann. Hey, Shefford Zoro wär jetzt frisch noch und könnte so weiterkämpfen gegen ihn. Er kann das selber gar nicht glauben. Oh. Königshank. Ja, ja. Oh. Wow. Oh, geil. Hä? Was laberst du? Was laberst du? Ey, könnte er noch weiterkämpfen, ey. Er würde ihn jetzt einfach... Also nicht zerstören, aber er würde schon... Digga, was machen? Zoro juckt das gar nicht. Juckt das überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ey. Oh, Digga. Zoro ist an seiner Grenze. Das ist so sad. Guys. Oh. Ey, das ist so sad. Das war's. Hashtag Edenzoro in die Kommis reinballern, Alter. Oh. Nix Papercut. Kein Papercut. Wann haben wir das zum letzten Mal gesehen? So bluten. Whoopies. Crazy. Ja. Raime Hake, Alter. Oh, und ein S-Lab. Und der kommt auch nochmal, Digga. Oh, Alter. Ey, yo. Der hittet zweimal rein. Boah. 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 Das war... Strong Sentence, man. Oh. 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 Jetzt ist sie weiß am dampfen. Ja. Boah. Die Atmosphäre, Digga. Alter. Oh. 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 Oh, Digga. Ey, ich fand die Folge überhaupt... Die war gut, Mann. Die Folge war gut. Ein bisschen Strecken kann man da auch verkraften, Digga. Wirklich. Ja, Digga. Crazy. One Piece ist, äh... Geht weiter ab. Also, Geist. Lass uns noch nach oben da. Ich weiß nicht, ob nächste Woche die Reaction pünktlich kommt. Ich bin ja weg, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Checkt Kagi und auf jeden Fall O.P.T. ab. Und, äh, ja. Wir sind mit raus. Wünschen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hau rein.